Herzlich Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RedDocMail. Ich spiele heute Mech Arena denn heute ist Montag und ja es ist noch kein Wettbewerb gegangen weil heute Montag ist aber ich mach mal jetzt hier so eine Quest von wegen... Ich glaube ich mache hier die Duell Quest 2 gegen 2 werden vielleicht nur den ersten schaffen wenn überhaupt den Treiber. Also dann viel Spaß beim Duell. Die erste Runde geht los. Ich habe natürlich auch noch so hier diese Daily Feste die ich fertig machen möchte. Das heißt ich muss fünfmal mit den Epic spielen. Aber ich habe leider nicht so viel Zeit heute. Ich musste gleich wieder... Ich habe mich nicht gerade angerufen dass ich heute R kommen soll. Das wir ganz schnell hier zwei Runden hin zaubern. Oh ne gegen den habe ich keine Chance. Ich sage ja gegen den habe ich keine Chance. Jetzt muss ich den hier sehen. Dann geht's mir vor. Waaah! Dann geht's! Dann geht's! Du bist so! Lachen da bei dir- Dann geht's! Dann geht's! ich habe nichts gegen den so alt ist meine Artillerie die wird was gegen ihn bringen aber ich wäre so weit weg der hier auch weil ich mit dem von Weitem schießen kann so so Gib mir eine Heilung. Gib mir eine Heilung. mein rache okay Das ist das schöne hier hinten bleiben. Super. 1-1. Ok, es wird spannend. Ach, nun ist der schon wieder. 2-1. Ach, mein Mensch, das ist. Er ist down, er ist down. Jawohl. So, den haben wir es gegeben. Jetzt kommt der noch dran. Ok, haben so oder so gewonnen. War ich der beste Schmerz? Peter. Ich brauche Goldmedaille. 6 kills. Ah, nur zuerst. Nur am zweitmeisten Schaden gemacht. Was solls. Passt schon, passt schon. 11 kills, 13 kills, ja. Egal, wir haben gewonnen. Gut, dann würde ich mal sagen, bis gleich in der zweiten Runde. So, die zweite Runde geht los. Wir nehmen natürlich mal Slimshot. Wanderlustin. Das war der eine. Wanderlustin. So, da ist der Bot. Ist das auch ein Bot? Ist das auch ein Bot? Sprich gegen zwei Bots? Was ist das so wichtig? Was ist das? Was ist das für ein Bot? Was ist das für ein Bot? Was ist das für ein Bot? gut ich nehme ihn jetzt wieder hier oh 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 ich möchte goldmedaille haben deswegen muss ich mit ein so gut wie es geht spielen damit er ja heilung heilung kriege ich heilung oh 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 ja das sieht doch mal richtig nice aus goldmedaille für meinen Slimshot �� oh 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 Und? Vorbein? Da war er. Jetzt haben wir ihn genommen. Sascha, Gold, Gold. Das ist Gold wert. Gut, dann werde ich mal sagen, das gleiche in der 2. Runde. Ich schau das noch mal schnell. Die Punkteverteilung an. 14 Kills, 1, 2, 2. Okay, gut. Let's go. Okay, und die 3. Runde geht los. Ich hoffe, die geht auch so schnell. Ich hab grad wieder von Arbeit angerufen. Ich muss mich beeilen. So, dann schauen wir mal. Da haben wir einen. Okay, der erste ist down. ... ... ... ... zweimal die gleiche mix nein ich hab mich doch noch erwischt ok dann nehme ich jetzt meine Atelier arbeit gerade wieder nachricht geschrieben kommt schon ok ok was für die Arbeit von mir jetzt gut ihn hier wollte ich nehmen ok 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 so wie das war das gibt es doch nicht ok 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 die sind ja auch gemein hier ok 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 nachspielzeit ok 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 Ah, hat der andere ihn gerettet. Schade. Schade. Also die Runde wird ja spannend. Die spielen taktisch, die anderen beiden. Schade. 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 Schade.